so hallo zusammen ich bin das mal wieder und wir befinden uns gerade mitten eigentlich während der blizzcon und ich warte jetzt eigentlich nur bis zum nächsten panel also habe ungefähr jetzt eine stunde zeit bis ich halt weiter live bloggen werde ich hatte jetzt die opening ceremony und das panel war kraft also wurde vor kraft was next in dem sind gerade live geblockt da könnt ihr also noch mal genau das nachlesen was ich gerade noch versuche so ein bisschen zusammenzufassen also die neue expansion heißt battle for azeroth also deck es geht um den kampf um azeroth beziehungsweise unsere unsere welt wenn man so möchte und ja wie man schon anhand des titels erkennen kann geht es natürlich um den konflikt zwischen allianz und horde und allianz wird hier vor allem das hat man auch im cinematic trailer gesehen vor allem hier durch gern gern grey main und anduin run auf der einen seite und natürlich auch sylvanas windrunner auf der anderen seite wie genau jana damit zusammenhängen wird und so weiter muss man abwarten allerdings im feature trailer der ja gerade im hintergrund läuft sieht man eben sehr gut dass jana wohl irgendwie damit noch also auf jeden fall eine rolle spielen wird und warum das der fall ist erläutere ich direkt denn das ganze sieht so aus dass es ja generell jetzt ja einen kriegszustand gibt und damit wird auch zwischen horde und allianz klar getrennt und damit startet die allianz auf dem neuen kontinent kultiras kultiras ist das alte menschenkönigreich und hier gibt es drei regionen einmal tarragard sound das ist die hauptstadt dann rust war und storm song valley und wie man hier sehr gut sehen wird geht es eben vor allem darum dass man zum beispiel unter anderem mit ja mit den prout muss also sprich mit der mutter von jana prout nur zu tun haben wird gut und gegenüber befindet sich jetzt sandalara und bei der sandalara beziehung bei diesem kontinent handelt es sich hier vor allem um die horde und ja auch hier gibt es in den drei regionen einmal sulda sah das ist die hauptstadt der sandalari dann nasmir und woldun also man sieht halt sowohl für die allianz als auch für die horde gibt es in dem sind drei regionen dass es in dem sind halt ähnlich gehalten wird wie ich schon angesprochen habe wird sich diese expansion vor allem auf den konflikt zwischen allianz und horde konzentrieren bedeutet also dass ein ja ein wieder erstarken auf beiden seiten in dem sind jetzt die folge ist man kann könnte sagen sie ist vielleicht sogar ziemlich pvp fokussiert die neue expansion aber okay kommen wir mal dazu dass es so einen neuen sohn flow geben soll bedeutet dass jetzt die idee ist das werde ich auch später erfahren welche über die sogenannten allied races spreche dass das leveln an sich halt was die skalierung anbelangt ein bisschen verändert werden soll also gerade die zeit und outlines rum so was genau damit es auf sich hat kann ich nicht genau sagen das habe ich nur am rande mitbekommen aber jetzt kommen wir zu den allied races also diese allied races also die neuen alliierten ähnlich wie ein bisschen wie miss of pandaria ist es jetzt so dass sich der allianz als auch der horde neue verbündete in dem sondern anschließen sollen bzw müssen und ja um dies zu erreichen muss man als spieler die max level stufen nämlich 120 erreichen und wenn man dies erreicht hat dann schließt man jeweils das wichtig jeweils eine längere questreihe ab und wenn man diese abgeschlossen hat dann kann man diese neue subrasse in dem sinne halt ja jetzt auswählen als sagen wir mal ich bin jetzt mit meinem warlock 120 geworden schließe die questreihe ab und das war die questreihe für nightborne denn auf vorn seite hat man nightborne high mountain tauren und sandalari trolls und auf allianz seite hat man wollte er aufs dark island roos und light ford strana und wenn ich das jetzt erreicht habe dann kann ich mit dann kann ich diesen einen neuen char erstellen und der hat dann stufe 20 so ist das die idee also bedeutet man kann nicht sofort wenn die expansion raus ist man kann nicht sofort die neuen sub rasten spielen man muss die in dem sind erstmal freischalten und man es richtig verstanden habe genau hier steht im 66 rassen oder sub rasten sind halt zum launch am start kann gut sein dass sie mit mit dem verlauf hinterher noch andere sub rasten hinzufügen ich muss sagen dass ich das feature eigentlich ganz cool finde aber was so meine eigene meinungsweite anbelangt dazu kommt später in videos geht es darum dass ich kurz auf die die highlights kurz darauf eingehen dann gibt es noch leveling improvements also sprich ja wie schon angesprochen also gerade weil es jetzt weil man jetzt neue charaktere dann spielt wenn man jetzt so eine subrasse ausgewählt hat dann möchte man diese eben auch so gut wie möglich spielen können und deswegen auch diese abänderung im level prozess das nächste feature wenn man es so ansprechen möchte sind die sogenannten island expeditions also sprich insel expedition und das sieht jetzt so aus das ist ein drei spieler inhalt wenn man so möchte und sieht es so aus man begibt sich weil es eben ja sehr insel mäßig eben daherkommt das addon man begibt sich auf eine sagen mal unbekannte insel diese diese gilt es jetzt zu erforschen und hier findet man in dem sondern unterschiedlichen beziehungsweise auch dynamischen content wie genau das abläuft weiß ich nicht es hört sich so ein bisschen an wie ein kleiner dungeon für drei spieler beziehungsweise vielleicht vergleichbar oder so eine mischung aus fünfer dungeon beziehungsweise in der falle dreier dungeon und ja vielleicht damalige inhalte in mist of pandaria zum beispiel also so szenarien ich denke mal so in die richtung könnte man sich das vorstellen das nächste große feature ist die sogenannte warfront dies ist ein groß angelegter konflikt an der heimatfront und es geht jetzt darum dass 20 spieler gegen npc in dem sinne npcs antreten hier werden bauten erschaffen das wird in dem sinne weiter ausgebaut und am ende geht es auch darum dass man die truppen anführt das hört sich in dem sinne sehr pvp lastig an und was genau das damit auf sich hat da bin ich auf jeden fall sehr auf das nächste panel gespannt da kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen dann kommen zum nächsten feature generell geht es um pvp updates und das muss ich sagen ist so die größte überraschung überhaupt meiner nach denn sie schaffen die unterscheidung zwischen pvi und pvp server komplett ab also ein pvp server und pvp server das was zum beispiel jetzt gerade blackhand ausmacht ist ein pvp server wenn man auf blackrock spielt ist es ein pvp server und das wird in dem sinne abgeschafft das kann in dem sinne jeder spieler für sich scheinbar entscheiden wie auch immer das genau dann aussehen wird kann man nicht genau sagen aber es ist halt die individuelle entscheidung ob man dem pvp beitreten möchte oder nicht und dadurch dass sie diese diese trennung in dem sinne klar abschaffen oder beziehungsweise dies vorhaben wollen sie in dem sinne auch world pvp also sprich auf der gesamten welt stattfindendes pvp also player versus player content das wollen sie in dem sinne wieder neu versuchen anzugehen also dieses ziel muss dazu sein das haben sie in vielen expansions immer wieder probiert diesmal wollen sie es wohl noch mehr probieren sind immer gespannt gut dann dann schon es wird zum beginn der expansion zehn dungeons geben das interessante dabei ist dass es sowohl für allianz als auch für horde unterschiedliche dungeons während des level prozesses geben wird und wenn man dann max level ist 120 dann wird in dem sinne für beide fraktionen werden dann diese dungeons freigegeben der mystic mode bleibt erhalten und er erfährt in diesen updates da bin ich auch sehr darauf gespannt was sie sich da ausdenken muss man auf jeden fall mal abwarten dann neuer raid zu beginn der expansion wird es einen neuen raid geben der heißt ul dir horse of control beinhaltet acht bosse und hat vor allem mit der quelle der sandalari das sind der sandalari verderbnis zu tun ja man kann sagen okay es ist sowas wie ein neid wie high mall zwischen was of trainer also wirklich der oder wie emma im moment emma nightmare doch genau emma nightmare hier in legion mal abwarten was das bedeutet ist halt ein klarer anfangskontent wichtig ist aber sie haben bestätigt man wird queen ashara als boss innerhalb der expansion zu gesicht bekommen und das finde ich schon cool und ja das war eigentlich alles wichtige dazu ich hoffe das war so einigermaßen interessant um 12 uhr gibt es das nächste panel man muss dazu sein die panels waren bis auf die open ceremony beziehungsweise sind bis auf die opening ceremony in dem sind halt klar nur den virtual ticket inhabern beziehungsweise den attendants auf der blizzcon selbst vorbehalten also dass deswegen muss man in dem sind halt auf live blogs also muss man darauf zurückgreifen das ist der grund weshalb ich das gerne mache weil ich das sowieso liebe das schnell zusammenzufassen und weil ich der meinung bin vielleicht bringt dem einen anderen das ja ja also wir warten jetzt mal ab um 12 uhr kommt die nächste das nächste panel ich werde dann versuchen das auch zusammenzufassen und wahrscheinlich werde ich dann noch mal ein video aufnehmen und morgen gibt es glaube ich mindestens ein interessantes panel von daher wird es auch dazu dann video geben ich muss sagen bevor ich zu meinem abschließenden video komme wo ich wirklich noch mal meine eigene meinung zu den ganzen features und gerade wenn man dann ein bisschen mehr informationen dazu besitzt kontur ich muss sagen mir gefällt die expansion sehr gut einfach weil ich der meinung bin dass hier vieles in dem sonne halt ähnlich wie miss of pandaria ein bisschen anders also andere wege werden hier eingeschlagen und gerade mit den sub races zum beispiel nightborne finde ich an sich eine coole idee und ja ich bin mal gespannt was das nächste das nächste panel dann bedeuten wird von daher würde ich sagen falls ihr irgendwie heute nacht irgendwie noch aktiv sein solltet kann sein dass heute nacht dann noch ein video kommt wahrscheinlich dann kurz nach dem panel ich denke mal es geht von 0 uhr bis 1 uhr so kann gut sein dass es dann schon um zwei oder zwei uhr oder ein bisschen später dann das video dazu gibt wie es genauso machen werde dann wenn ich es genauso machen werde wie in diesem fall macht's gut und bis zum nächsten video ciao